Herzlich willkommen bei Radio München. Mein Gott, was haben sie denn dauernd? Erst das Gezeter über die Corona-Impfungen, dann ging's mit der Unterstützung für die Ukraine weiter. Jetzt kriegen sie sich bei den Klimamaßnahmen nicht mehr ein. Ja, kann denn die Politik gar nichts mehr richtig machen? So stelle ich mir die Gespräche zwischen jenen vor, die arglos sind. Die WHO will nun ein globales Gesundheitszertifikat und Dauerimpfungen. Wo bleibt der Widerstand, fragt sich der Jurist und Autor Milo Schmatuschek und verfasste den Text »Die Welt als Freiluftgefängnis«. Ulrich Allroggen hat ihn gelesen. Es ist keine Neuigkeit, dass wir in Zeiten leben, in denen zwischen einer Verschwörungstheorie und der Realität kaum noch mehr als sechs Monate stehen. Neu ist, dass sich dystopische Strukturen nunmehr in Echtzeit aufbauen können, für alle sichtbar und das trotzdem so getan wird, als sei das alles noch in weiter Ferne oder vielleicht gar nicht so schlimm, womöglich sogar alternativlos. Anfang Juni verkündete die WHO, dass sie den von der EU eingeführten Gesundheitspass nun global einführen will. Mit diesem Mechanismus kann bei der nächsten Pandemie der gesamte globale Reiseverkehr zum Stillstand gebracht und zu einem Privilegien-System für Geimpfte umgebaut werden. Genau heißt es in der Mitteilung der WHO, Zitat, Im Juni 2023 wird die WHO das System der digitalen Covid-19-Zertifizierung der Europäischen Union, EU, aufgreifen, um ein globales System zu schaffen, das dazu beitragen wird, die globale Mobilität zu erleichtern und die Bürger auf der ganzen Welt vor aktuellen und künftigen Gesundheitsbedrohungen, einschließlich Pandemien, zu schützen. Dies ist der erste Baustein des WHO Global Digital Health Certification Network, GDHCN, des globalen digitalen Gesundheitszertifizierungsnetzwerks, das eine breite Palette digitaler Produkte für eine bessere Gesundheit für alle entwickeln wird, Zitat Ende. Gleichzeitig greift die WHO mit einem neuen Pandemie-Pakt nach mehr Macht. Der Generalsekretär der WHO soll in Zukunft Pandemien ausrufen können weltweit. Nach dem Plan der Gates-Initiative CEPI sollen geeignete Impfstoffe in Zukunft schon innerhalb von 100 Tagen bereitstehen. Zudem wolle man Desinformation wirksamer bekämpfen. Die Bekämpfung der sogenannten Desinformation sah in der letzten Pandemie so aus, dass einfache Twitter-Mitarbeiter kritische Wissenschaftler und Ärzte von Elite-Universitäten stumm stellen konnten. Wie öffentlicher Konformitätsdruck mit volksverhetzerischen Mitteln aussieht, ist ebenfalls bekannt. An willfährigen Helfern mangelt es jedenfalls nie. Im Kern ist es immer das gleiche Muster. Kontrollmaßnahmen werden zuerst planerisch vorbereitet, die Infrastruktur vorentwickelt, dann mit Ausrufung einer Krise eingesetzt, natürlich erstmal nur vorübergehend und aus einer aktuellen Notlage heraus. Wenn sich alle daran gewöhnt haben, wird das Ganze zementiert und legalisiert, nunmehr dauerhaft und global. Die Initiativen zu Identitätslösungen gibt es schon seit Jahren in den Schubladen von großen Tech-Unternehmen wie Microsoft oder der Rockefeller Stiftung. Was gerade passiert, ist nicht weniger als eine Machtergreifung. Die EU ist Steigbügelhalter und Experimentierfeld für die Welt. Jetzt braucht es nur noch die Annahme des sogenannten Pandemie-Pakts der WHO und dann können grundrechtsrelevante Maßnahmen von einer demokratisch nicht legitimierten Gesundheitsbürokratie quasi per Knopfdruck verhängt werden. Denken Sie sich digitale Zentralbankwährungen dazu, die kurz vor der Finalisierung stehen? Denken Sie sich ein CO2-Zertifikat dazu? Denken Sie sich ein Punktesystem dazu, das sozial erwünschtes Verhalten belohnt und sozial schädliches Verhalten sanktioniert? Denken Sie sich ein globales Tracking- und Identifikationssystem hinzu, sowie eine Zusammenführung von persönlichen Daten in ungeahntem Ausmaß. Reisepass, Impfstatus, Zahlungsströme, Social-Media-Profile, alles. Hier entsteht gerade das, was man als schlüsselfertigen Totalitarismus bezeichnet. Staatliche und quasi-staatliche Akteure bauen mit Unterstützung von Stiftungen, Thinktanks und Philanthro-Kapitalisten ein umfassendes Bevölkerungsmanagement-System auf, welches nach Bedarf nur noch scharf gestellt zu werden braucht. Sitzt die Menschheit erst mal in der Falle, wird der Weg zurück in die Freiheit eine unendliche Odyssee werden. Es braucht nicht viel für eine faktische Weltherrschaft. Zitat Dieser Satz des NS-Juristen Karl Schmitt ist auch der Hebel der aktuellen Machtergreifung. Ziel ist immer die totale Kontrolle. Das Thema der Wahl ist der Gesundheitsschutz. Die Mittel sind Angstmache, Ausgrenzung und Spaltung. Das Ergebnis wird eine Pseudo-Fürsorge-Diktatur sein. Die Welt muss jetzt gegen den globalen Gesundheitstotalitarismus aufstehen. Es ist eine historische Aufgabe, eine Herkules-Aufgabe, eine Marathon-Aufgabe. Es geht hier um eine neue Form der Machtergreifung, mit welcher die Weltbevölkerung noch nie konfrontiert war. Die Freiheit der Welt ist in Zukunft eine Sache von WHO-Willkür. Sie ist dann faktisch die letzte Instanz, die über Gesundheitsfragen entscheidet. Die Staatenebene ist nur noch ausführende Gewalt. Diese Machtergreifung muss am Widerstand der Bevölkerung scheitern. Sonst kommt die Pandemie-Diktatur in Dauerschleife. Sie hörten den Text Die Welt als Freiluftgefängnis des Juristen und Autors Milos Matuszek, Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche alle berechtigten Zweifel, alles andere ist berechtigtes Vertrauen. Ciao, servus. Vielen Dank.